Die Handchirurgie ist ein Schwerpunkt der Unfallchirurgie am Landeskrankenhaus Steier. 27 Knochen, eine Vielzahl an Muskeln, Sehnen, Nerven und Rezeptoren. Die Hand ist ein komplexer Körperteil. Ihre Behandlung verlangt Spezialwissen. Wir bieten fast die gesamte Handchirurgie an. Einerseits die Versorgung von allen Akutverletzungen, ausgenommen Replantationen und natürlich auch geplante Operationen, Korrektu-Operationen, zum Beispiel Operationen bei typischischer Kontraktur oder Karpaldonsyndrom. Etwa 3000 Patienten jährlich suchen Hilfe bei den Steirer Spezialisten. Etwa 1300 werden operiert, vielen wird anders geholfen, etwa bei krummen Fingern. Es gibt oft Alternativen zur Operation. Vor allem in letzter Zeit hat sich bei der typischischen Kontraktur eine Injektionsbehandlung herauskristallisiert, die auch sehr gute Erfolge zeigt, wo man sich dann die Operationen ersparen kann und langdauernde Wundheilungsprobleme unter Umständen auch ersparen kann. Seit 2013 gilt Steier als Kompetenzzentrum in der Handchirurgie. Das bringt Vorteile für Patientinnen und Patienten, gibt es hier doch Spezialisten, wie sie in Österreich kaum zu finden sind. Unser Kompetenzzentrum Handchirurgie ist dadurch ausgezeichnet, dass es einerseits zwei zertifizierte Handchirurgen an der Abteilung gibt und dadurch wir auch noch eine Ausbildungsstelle für Handchirurgie haben, das durchaus in Österreich nicht an jeder Umfeldabteilung üblich ist. Vom Erstkontakt über die Behandlung bis zur Nachsorge, die Versorgung liegt in einer Hand. Zusätzlich steht dabei noch die Ausstattung eines Schwerpunktspitals, wie etwa modernste bildgebende Verfahren und Therapien zur Verfügung. Der Wunsch wäre, dass wir noch kompetenter werden, das Wissen vertiefen und auch die Patienten dazu dann in Zukunft haben werden. Auch die Hand, bestens versorgt im Landeskrankenhaus Steier. Vielen Dank. Vielen Dank.